Die Barrymode und Schuhe wünscht euch ein frohes Weihnachten. Ach, wir sehen uns ja alle am 19. und 20.12. zum Sternlichtshopping. Wir sehen uns beim nächsten Mal. An diesem Abend erhält jeder Kunde ein Weihnachtsgeschenk, Sekt und Glühwein warten auf Sie. Und wir auch. Die Berry Show Mode. Ach, wir sehen uns ja alle. Am 19. an diesem Abend erhält jeder Kunde ein Weihnachtsgeschenk, Sekt und Glühwein warten auf Sie. Genau. Guckt die Leute an, strahlen Sie an. Brust raus. Muss ich denn alles selber machen? Ich gehe nicht. An diesem Abend erhält jeder Kunde ein Weihnachtsgeschenk, Sekt und Glühwein warten auf Sie. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch. Lies aber, Lies ist dein Vater, Sekt. Ja, ja. Ja, ich gehe nicht auf. Ja, ich gehe nicht auf. Vielen Dank.